Was ist die eine Fliege? Herr Baginski, was ist die eine Fliege? Also wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich da Alexandra nehmen. Warum? Weil ich damit einen unglaublichen Bereich abdecken kann. Weil ich hier überleben muss, muss ich eine Fliege haben, die alle möglichen Fische fangen kann. Und die Alexandra deckt hier eine klassische Fliege. Gibt es da auch schon 150 Jahre lang einen ganzen kleinen Spektrum an. Und es fängt in der Regel immer große Forellen, die gerade durch hier kommen. Ich danke Ihnen.